Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Modern Warfare 3 mit dem Besuch von Hardy, dem Pacer und dem Christian. Wir spielen Blackbox, die letzte Map des DLCs. Und Hardy lauert aber die ganze Zeit viel Müll. Ist mir aber egal. Oh, ich hoffe, dass wir diesmal zu Ende spielen können. Ja, wär cool. Ich mein, einmal und einmal Discord. Ja, einmal und einmal. Und dann gehen wir im Motorboot fahren. Motorboot. Ey Dennis, kannst nicht mal Alufolie holen und uns das Radio machen. Nee, den Rundfunksender. Nee, das kann ich jetzt hier gerade nicht, das kann ich ja später für dich machen. Oh ja, Hardcore-Peter. So, ich kenn die Map nicht, aber ich renne jetzt einfach mal zu einem von diesen beiden Punkten. Da ist ein Flugzeug. In einem Haus. Aber erst dann bleibe ich jetzt genau hier sitzen. Weil das sieht gut aus hier. Hier habe ich einen guten Überblick über das geschehen. Sind wir über die groß oder so? Hoch? Allerdings sehe ich keinen von den Bobbys. Hoch? Ah, das ist mir riesig. Ich weiß nicht mal, wo die starten. Tja. 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 Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Kann man in der riesen Oster rein? What the fuck? Ach, du bist doch so ein Akimbush-Paku, ey. Ansonsten wärst du auch an meiner Bett hier gestorben. Dein Arsch, wäre ich an deiner Bett hier gestorben. Oh, noch so einer Kim-Winey, ey. Ja, echt mal, voll die Asozialen, ey. Boah. Als er von diesem Kram was er Christus voll im Kopf, ey, das schmeckt so nach Eisen. Boah. Boah. Ich hab nicht mehr ein Bierchen am Start. Machst du ja noch einen Kaffee, Hadi. Einen Kaffee, genau. Das wär ehrlich gesagt keine so stehende Idee. Meinst du? Warum ist der Brom denn jetzt in Blau? Ich weiß nicht. Ich bin sowieso die ganze Zeit Blau. Du bist jetzt hellblau auf meiner Meinung nach, komischerweise nicht mehr ruhig. Leute, die sind beide im Haus drin. Was ist denn im Haus? Hinter dem, hinter dem Flugzeug. Die auf der Map, wo die Punkte geläuchtet haben, als sie geschossen haben. Hier gibt es doch mehrere, oder? Was hat ihr für eine Scheiße? Wieso liegt hier eigentlich ein Flugzeug mitten in der Pampa? Ja, warum machst du einen Nutzer auf? Mach mal, komm doch mal, komm doch mal. Da geh dann übrigens nicht weiter. Da bin ich so rumgesprungen, aber das geht nicht. Ach so, da. Ja, so ich spiele mal Modern Warfare. Hauptsache nicht zielen. Eigentlich hätte ich ein Messer müssen, aber das war so aufregend. Meine Bombe. Verdammt. Ne, meine Bombe. Meine Keime. Meine Keime. So, jetzt geh ich mal hier lang. Geh ich mal hier lang. Das gefällt mir so gut. Beide links. Alter. Du hast doch an. Und nicht rechts. Peter, links. Peter, links. Peter, links. Nein. Noch ein bisschen weiter rechts. Ja. Ich meine auf jeden Fall das. Aber das ist voll die scheiße. Ja, das kann sein, dass ich scheiße laber. Nein, ich hab keine scheiße gelabert, das stimmt. Das ist oben im Haus. Was? Ja. Nice. Hast du den gehört? Boah, Akimbo gegen Akimbo sprach. Nein. Hast du gesehen, wie ich dich auf jeden Fall detailliert durch die Rouladen gekochen habe? Und das stirbst du? Okay. Okay. Wenn ich Akimbo haben wollte, dann krieg der jetzt Akimbo. Und nein, das ist klar, dass das nur ein Spiel ist. Aber hey, das hat der komische CEO von Activision Publishing selbst gesagt. Was denn? Epischer Realismus. Ja, dass Black Ops 2 wie immer epischen Realismus bieten wird. Ja, was denn sonst? Genauso wie ich die Grafik von allen anderen in den Chat stellen wird. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen von Battlefield. Ich glaub, der zieht sich auch um einen durch und dann gibt der die Interviews. Alter, schießt die Waffe ungenau. Da ist einer, ist in der Mitte. Alter. Alter. Okay, ich sollte keinen Waffen wechseln. Da! Von Brosator! Da! Da haben die Frauen so komische Nippel da an den Beinen. Also so Skorpion-Teile. Was? Da! Achte doch mal drauf! Ach so! Oh! Oh mein Gott. Das soll ich halt auch nicht mal verstanden haben. Warum haben die Frauen so komische Nippel? Oh mein, einfach! So Peter, ich mach jetzt First Kill mit Ansage. Was hast du vorhin schon gesagt? Wenn du das jede Runde sagst, dann bringt das auch nichts. Wenn du doch irgendwann bist du recht haben. Ja. Morgen wird's regnen. Das hoffe ich, bei der Schwüle ändert es echt krass. Also hier ist mittlerweile wieder kalt. Aber hier hat's auch gestört. Ja hier auch. Hier auch? Ich hab die ganze Zeit das Fenster voll weit auf. Ja ich auch, mir ist kalt. Deswegen hab mir die ganzen Molucken draußen. Ja genau. Wobei ich sie jetzt nicht überlegen Molucken nennen würde. Molucken ist ein legitimes Wort, hab ich im Wissen gelernt. Das bei B, Licht im Gras. Ja, hab ich weggesnackt. Hab ich gesagt, First Kill mit Ansage? Oh ja. Ich weiß nicht, ich glaub der hat die Bombe fallen lassen. Bin mir aber nicht sicher. So, haben wir leck? Boah, Bram, nicht schon wieder, ey. Wollen wir euch nochmal leck? Ach man ey, nur durch den Leck ey, das ist doch scheiße. Nee, der hat dich schon sehr viel länger irgendwie sehr gehabt. Lalalalalala. Der Leck durfte eine Sekunde länger leben. Haben wir leck hier oder was? Was sind das denn da für geile Typen? What? Ey, könnte das sein, dass das die Air Force One ist? Guck mal bitte nochmal, dreh dich nochmal um Peter. Fick dich, Hardy. Was denn? Ja genau Peter, das Flugzeug sieht man ja nur von einem Punkt aus. Ja, shit, nur United States of America. Ja, shit, nur United States of America. Zeit, helft ihn ab! Wo ist denn der Penner? Shit, jetzt wieder die ganze Zeit nur auf einer Stelle? Ja, ist halt ein Mongo. Nee, Hardy haben wir voran, wo du bist. Hier war deine große Hilfe. Als du United States of America gesagt hast, hat der Bram sich wild umgeguckt und dann nach oben und dann ist er hochgerannt. Genau, weil ich lag genau unter dir und hab auch United States of America gelesen und dachte so, what the fuck. Das hat sich heute Mittag bei Johnny als er das Schild vorgelesen hat, wo ich draufgeguckt hab. Ja, da war ich nicht schuld, Peter. Nee. Ja, aber das war echt ziemlich geil. Den ich. Auch den nicht. Was mit. So, und der Feuer am Alter, wie schnell ich sterbe bei dieser Plastikwaffe. So, André Schnibot. Oh, Hardy Nice One. Ja, Hammergeil. Wo ist der hin? Ja. Mach da nicht an. Ja, du bist so ein Nude. Dann hast du dir kein Messer-Match geliefert, du Bobby, ey. Ich hab doch versucht zu messern, aber ich hab dein Leben gemessert. Ja, ich auch. Dann schießt du einfach. Da fängt man nicht an zu schießen. Dann messert man weiter, bis einer stirbt. Ja, okay. Nächste Mal. Nächste Mal. Boah Peter, das ist nicht meine Map oder Scheiß. Ich merk das schon, du hast irgendwie das Skill verloren. Ja. Hardy wird nüchtern. Ja. Weiß ich auch nicht so genau. Hm. Leute, ich hab dich gesehen. Ich hab dich auch gesehen. Ja, ich hab dich auch gesehen. Ja, im hinteren Haus saß der. Ja, ich hab dich gegenseitig gesehen. Ja. aber ich habe nicht geschossen ich habe auch nicht geschossen und wie ist total verwirrt dass du neben mir stehst das sind teile von der afros one in den kopf gefallen du bist mir hinterher gelaufen da bist du verwirrt dass ich neben dir stehe ja wie war ich gerade vor den flash gehabt so jetzt nach oben vielleicht können wir den ja sehen ja das ist voll geil das ist doch scheiße das ist doch hier habe ich aber extra aufsichtlich dahin gelegt ja aufsichtlich peter was ja nix konnte ich sehen ist ein kleiner reger hast du gut gemacht peter sie hängt da eine regerleiter was bitte wie ich nicht aber auch ein mitgenommen den braun mit gehören mensch als camper und dreckiger camper ist auch voll der camper bobby ja das habe ich mir auch gedacht die vorstellung so ein bisschen die map das ist ganz recht an den blumenbeten vorbei ja stille ja ich mache das kill mit ansage das hat nicht so ganz funktioniert denn hast du gesehen oder ich glaube ich immer weiter entgegen die bombe hat fallen lassen ja genau also christian saß seine büsche wie so ein behinderter ok ich habe gedacht das ist zu weit weg aber schießt trotzdem ja genau wenn das regelmäßig macht dann können wir noch mal reden boah peter ist aber echt fail von dir hätte tot sein auf jeden fall peter total auf ja auf jeden ja hatte jetzt noch so messer ich komme gerade nicht klar hier muss ich der bild denn dahin peter das stützt eigentlich so kackflugzeug in so wohnhäuser wollen weiß ich auch nicht nur pilot wie der russische typ da mit seiner komisch ja ich gehe einfach mal runter ich will nicht mal in den vulkan rein ich bin mal kalt echt mal der war voll cold jungen peter da kommt was von hinten leute genau an der ecke bei der bombe scheiße wenn er auf der offenen seite aufs flugzeug zu rennt sitzt er rechts links der sitzt da ich will die füsen aber ich rechne nicht mit einer claymore peter machen hat noch drei punkte rückstand heißt nix alles cool war das sie sich ja erstes leckig den ersten snack slow ja ich sage wieder mega ich glaube als die vorgebilder hitze darauf das ist nicht meine map peter da tut mir echt furchtbar leid war aber das ist nicht meine map der sitzt am vorderen teil des flugzeugs und guckte richtung häuser an der vorderen tür stand der fährt erst mal ein auto vorbei oh ja irgendwo mal hin nice wo kommt der denn der der fahrer hinten du spass dicker hammergeil kristen da bist du voll selber durchgelaufen da war es nicht mehr wenn du einen anders umgegangen nein du hast versucht aber ein solches ist dagegen geschwungen ja ich weiß aber ich bin durch das flugzeug dahin gelaufen ja und das ist so ein gang muss ja doch direkt registriert haben von hinten ich war peter von hinten da muss man doch registrieren soweit da muss ich ja nicht erkennen wurde aufgaben lol der andere noch in einem zu ja roffelkopter wie schnell ich tot war der ist im haus drin der ist im haus drin der ist im haus drin also er hat geschossen spielt eigentlich jemand von euch maljong der ist rechts raus geschwungen glaube ich ja ist der lol alter wollt ihr mich eigentlich verarschen jetzt achte mal drauf ich dachte dass der dahinter der dahinten christian ist jetzt habe ich erst gescheckt dass das christian ist ja 47 peter da ist noch alles drin noch alles drin alles freshi freshi die kinder bei dir eigentlich gerade voll die feuerwehrleute ab oder so war das mit feuerwehrleute bei mir nicht ne feuerwehrleute klang so als klingt als würde bei hd in der hintergrund so ne sirene abgehen das ist ja im spiel du spacken ach scheiße ich wurde weggesniped von irgendwo alter schwede habe ich mich erschrocken ich habe zuerst gemessert achte drauf achte drauf achte drauf ja bei mir hat der gemessert bist du sepp? ne bei mir hat der gemessert suche ein und zerstöre es ja mehr 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 das ziel verteidigen so jetzt mache ich hardcore rush jungen ich snack hier jetzt alles weg das war meiner das war meiner bei der a jungen der ist in der mittlere ist im haus drin joja ja genau du hätte ich ja nicht direkt daneben das glas nehmen können was schon kaputt war ne ne ich muss das jetzt so machen ich bin maximum verwehrt warte 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 erstmal ruhe jetzt hier so du bist der einzige der herrn sagt man wat ja ich meinte für mich ruhe mama alter das ist ein scherz das ist ein scherz wo kommt der denn hier wie geht das denn bitte so und jetzt steht er sofort erst mal rechts im bild da siehst du den erstmal direkt nicht und dann reagierst du voll zu spät aber was denn mann die map ist scheiße ne ich auch nicht das ziel verteidigen das ist doch kacke ey das angreifbar ist man hier mit vollem nachteil ja das glaube ich nicht einer bei a vorne am flugzeug ja achte ich wollte mich gerade hinlegen du piss nelke ey du piss nelke ey die 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 ich bin euch das ist nur um wird so wohl so ist es nur die Kinder mehr auskommt als erwerbst du mich nur der Regen das war sogar ein Sprung Messer ja nur als Schiss du hättest mich aber schon vorab schießen können dann waren auch so hart gespielt ja ich hätte dich vorher abschließen können ja das stimmt Hadi wenn du sagst wir gehen jetzt zusammen heißt halt ich muss dir folgen ja ich weiß nämlich wo einer ist okay piep 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 ich bin ein Headset ich brauche Strom bei Adoren das war aber meine Grammatte du bist der Letzte erledige das waaat alter sorry 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 Bram wollte von hinten kommen ja macht Bram gerne klar ja ich bin der Hinterlader Junge ja du bist du auch ich bin der Hinterlader ich bin der Hinterlader call me Broder das Ziel zerstören St. Peter ist mal ordert ich habe den Murin das ist unsere Runde ja genau so wird die verbesserte eigentlich auf jeden ja gut zu wissen ja die was machst du dafür ne Scheiße bist du im direkten der Hinterlader sitzt unten neiii der ist da auch drin in dem Holzhaus wir haben die Bombe gesichert wir haben die Bombe gesichert wir haben die Bombe gesichert ne die ganze Runde lang in den beiden Fällen wärs schon aus in den beiden Fällen wärs schon aus lass dir nix erzählen von Bram ja ich sollte Christian auf jeden Fall auch scheiße erzählen das auf keinen Fall der Meisterreste ist weil der Peter ist der Peter wäre fast fehl gewesen warte wie viel der geschluckt hat wie viel der geschluckt hat aber so ist Peter warte wie viel der geschluckt hat warte wie viel der geschluckt hat das Peter das Mund ficken runter der war gar nicht so schlecht ah hier kann ich gar nicht lang einer ist im vorderen Flugzeugteil was ich halte dich über für ein Gerücht wo hat nämlich gesehen Ficky Ficky ey Scheiß Christian ey ich will ja mit seiner scheiß Akimbo du bist so ein Bob Peter wa du bist so ein nice selber Schuld selber Schuld wirst du mich safe messern können oder alles mögliche aber nein ich mach's so nirgends was ist das denn war echt mal voll ärgerlich dann warten wir wer dann warten wir wer du hättest doch damit rechnen müssen einer ist zu B was Fick dich Bram ach moin die Gornato reicht's blöd aber gut schwula Sniper Spacken ey ach das war erfrischend Peter ich hab ihn gesehen ja ey dich aber auch hier wart eine große Hilfe ja ne war drauf ne war drauf aber nur in den Arm ey mit ner Kaliber 50 hätt's ja wohl locker über ja genau die reißt auch nur den Arm ab ich find den aber gar nicht so ohne Probleme das können wir dann in ner KD machen boah Peter das tut mir echt leid ich hab jetzt grad so echt so nen Tiefpunkt ich find das einfach viel fetter dass der die Kaliber 50 mal eben so im Arm hält ja das Ding wiegt doch nix ja das Ding wiegt doch nix 15 Kilo oder so ja da hab ich noch kein Rückstoß bei A am vorderen Teil des Flugzeugs ist das Flugzeug rein ja echt mach voll scheiße jetzt hängt alles von dir ab bring es wo sitzt der Bram ja Bram jetzt aber schnelli schnelli ey haben wir ne Aufklärungszone oder haben die ne Aufklärungszone ja die aber das interessiert mich nicht Alter ich bin so scheiße ey scheiße boah immer diese fucking Akimbo Spackers ey boah fuck wie ich die Kappen messern wollte aber dann warst du noch zu weit weg weißt du man kann nicht mal nicht heucheler sein hier ja heucheler man muss man muss ja heucheler ja wer hat das noch gesagt heute Mittag äh Dennis hat er gesagt Dennis hat er hat ja ich kann ja nicht mehr mit Revolver spielen ich muss ja auch mit Akimbo spielen sonst kommst du gegen die Behinderten ja nicht an Behinderten ich glaube du bist ja der Behinderte wenn du Revolver spielst weil du uns unterlegen bist ja kann man auch so sehen ja so sehe ich das lieber lol Scheiße H.D. hat sich kein Meter bewegt der Snap hat hinten seinem höchsten Na H.D. hat sich kein das schlecht ja natürlich bis ins Haus rein hat er sich bewegt aber das ist ein bisschen mehr als ein Meter ja deine Mom ist auch ein bisschen mehr als ein Meter als wenn du vorhin auch aus dem Haus gesnipert hättest ich sag ja nicht dass das halt nicht legitim ist das ist doch zum Scheiße und ärgerlich wenn man von das weg ist Alter was ist los Na hinter dir Messer den Hardy Scheiß Windows Update Scheiß Windows Update ich muss Bescheid sagen und dabei das Spiel mit mir Oh mein Gott ist so durch die Gen gerannt und zielend und suchend und ja ich war grad am flenden ne ist doch kack jetzt ist er schon drin? Ich hab keine Ahnung Was zur Hölle Siehst du die Bombe Hardy? Ja Da sitzt der und snipert nicht doch doch aber nicht nicht von so weit weg wie ich dachte doch doch das ist so ganz gut ich hatte nur gehofft man könnte da oben ähm hinter den Treppen noch sitzen aber das haben die wohl zugemacht wie zugemacht ja du kannst nicht da ähm hinter die Treppe springen sodass keiner von hinten kommen kann Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet kümmern euch da oben Oh ich konnte noch wechseln cool Scheiße zu früh eindeutig Oh ich hab gerade meine Steam-Drehung verloren Der ist im Haus bei denen am Sworn und bei A ist einer den hab ich mit der Granate getroffen No Nice one Peter Alter das stell ich mich vor dir ich hab einen Meter vor dir hab ich sogar noch in die andere Ecke davor geguckt Was ist denn für ne Maske auf ey Na ich wollte Hardy nicht so genau sehen aber naja hilft alles nix Das ist er um ein hässiges Face zu verdecken So Peter zwei Runden noch das machen wir ja wohl Logen Habe ich zumindest gehört Man sagt es so Some say Hier ist nur Christian Wie hier ist nur Christian Ich sagte das versteht ihr jetzt nur Christian mit dem Some say Okay Ich glaub die gehen zu A Hm Ich glaub die sind sehr defensiv Ja lass die erstmal Ich bin geduldig Das klingt so echt als wenn das von jemandem vom Steamspeak wär Die sind bei B bei uns hinten Oh Hardy Das war so schlecht Fuck Jetzt haben wir schon die Runde zu verlieren Mama nein Ich hab uns zwei mal geflischt Nice Boah dich hat man aber echt kaum gesehen im Gras Boah ich hab zweimal so übel in seinen Neben geschossen Oh ja Hammergeist Ja Hammergeist Genau Die Leute haben Mischung aus geil und nice Ja jetzt setzt die Müdigkeit ein Nein ist das Problem Ja War nicht gut Na ist egal Haddi ist kackes Peter war gut Ich war nicht so gut Christian ist gerockt Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zur nächsten Folge Bis zum nächsten Mal